Woah″ Ah Hallo Welcome zu einer Folge Was spielen wir heute Hilde? Servus Echt? Ja Sehr hübsch, Wollen wir loslegen? Na Was gibt's denn bei dir zu fressen? Gut Wir müssen weiter, Du hast ja garnix zum anziehen Hast Da doch ein paar Plöckchen Oh Takuzell. Wenn Du mir alles voll baust Oh Gott, ich muss hierrib... Nein, warum ist da denn Klaas, Alter? Sorry. Das ist halt nicht bei dem Texture Pack, Juni. Da greift doch nix für. Warst du das? Ja, ich wollte mich zu dir bauen. Cool. Oh, Mann. Das sind ja diese Gommelspieler, ganz ehrlich. Oh. Ja, komm, spring doch runter. Ja, wie er wieder da steht, wie so ein Fett sagt. Oh, Eis. Mann, bist du fett. Wetten, jetzt baut er ja richtig fett. So, ich hab trotzdem Kill bekommen. Oh, ein Team. Oh, geil. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Neue Runde. So, dann viel Spaß beim Sterben. Ja. Ja. Gib mir ein paar Minuten. Spaß. Gib mir ein paar Sekunden. Das war die erste Runde. Skimus. Mit dem Leshiku. Shikyu. Ja. Hilde, wie geht's dir so? Erzähl mal ein bisschen den Zuschauern. Ja, gut. Ja. Bisschen mehr? Mir geht's gut. Bisschen noch. Sehr gut. Was hast du heute noch so vor? Gut. Ähm. Mein Hund rastet wieder komplett aus. Echt? Zeigen wir. Hier. Ich seh den nicht. Chill, chill. Die sind viel zu gut equipt. Der steht da nur rum und ist AFK. Ja. Der auf dem Dach. Ja, der ist ganz okay. Das ist AFK. Komm, die tocken wir uns. Weißt du noch? Nee. Oh Gott! Hilde, nein! Ist mir doch scheißegal. Das TT hat grad seine Sachen weggesprengt. Scheiße! Ach du Scheiße. Du hast grad richtig hart gebracht, ne? Hey, ich kann gar nix machen. Ich kann's halt andrücken. Ihr seht's doch grad, Leute. Ja, ich kann's halt andrücken. So. Muss kurz mal neu starten. Einen Moment. Äh. Wow. Ich hab ne Hose. Endlich. Los. Ist egal. Scheiße. Gut, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. War etwas kurz. Tut mir leid. Aber weniger. Besser als nix, ne? Gell? Sag tschüss Hilde. Tschüss Hilde. Tschüss Hilde. Tschüss Hilde. Wenn verschiedene. Das inventor ist das Kochabsichtsk enfangwerk.